Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu War of the Walkers. Guten Tag, Herr Kaiser. SOS Horde kommt. Ich habe jetzt schon mal das Licht an. Lass uns die Rohre kreuzen. Niemals die Strahlen kreuzen. Du hast übrigens nichts an, wenn du dir das anziehen möchtest. Nö. Einfach nur mit dem Schutz. Wo ist mein Stuff? Ja, habe ich alles in die Müllkiste, müsste das sein. Nö. Doch. Ne, dann habe ich es bei Klamotten rein. Guck mal bei Klamotten. Okay. Das sieht besser da. Ja. La Tegada. Genau, die habe ich auch dahin gelegt, schon mal vorgeauft. Genau. Jetzt sieht das schon besser aus, als wenn du in der Unterbox stehst. Wenn du in der Unterbox stehst, du hast keine Hose an. Ja, wenn du mit Strahlen kreuzen oder Dings kreuzen und dann ziehst du mit der Unterhose von mir, das kam mir eben so ein bisschen merkwürdig. Da ist mir das gerade aufgefallen, dass du nichts an hast. Zieh dir doch bitte was an. Ja, das ist schön. Ah, das braune T-Shirt. Äh, da und da. So. Genehm? Ja. Hübsch? Ja, ne? Geht doch. Gut. Warum steht denn hier eigentlich ein Barhocker? Wie konnte das passieren? Warum hast du eine Maske auf? Achso, ich habe dich nicht hingestellt. Habe ich gekauft vom Händler. Ich dachte, wir machen so eine kleine Bar. Ja. Theke. Aber es wird noch einen leider. Naja. Besondere Gäste setzen sich gerade mal hin. Ja, genau hier. Hier können sie das Spektakel gut beobachten. Das ist eigentlich ein super Platz hier. Ja, ich meine, wir müssen mal zum Maisbienen verkaufen, der sich das hier anguckt jetzt gleich. Ja, ja. Apropos, ne? Verkaufen. Ich bin schon aufgeregt. Achso, wir müssen ja hier, wollen wir hier unten stehen bleiben, ja? Ja. Und wenn wir die dann losstreuen, dann gehen wir hoch. Dann können wir hochgehen, dann können wir... Ja, können wir oben mal ein bisschen rumlaufen. Wir haben noch keine Nahkampfwaffen. Ist das blöde? Ähm, und ich wollte Magnums machen. Warte mal. Magnum-Munition für die Desert Eagle. Wo ist die denn? Magnums. Schnell. Super Sache. Super, super geil. Oh. Oh, da rotiert schon was. Ja. Was war's denn für eine? Oh, das hat aber... Habe ich was Grünes gesehen? Ah, das ist eine Schreitante. Das ist eine Schreitante. Wie ist die denn? Ja. Das ist aber auch ein bisschen blöd, ne? Wenn die tot ist, dann... Ein bisschen blöd, gell? Sie müsste erhalten bleiben. So. Da muss man sie nur mal... Fünf Minuten. Fünf Minuten, meine Damen und Herren. Übrigens, herzlich willkommen an diesem Sonntag, falls ihr jetzt... Oh, da fällt sie raus. Äh, da liegt sie am Boden und kraucht hier rum. Hier, bei mir liegt sie am Boden. Aber nur das Oberteil. Komm her, komm her. Achso, schön. Jetzt. Jetzt. Herzlich willkommen am Sonntagabend, falls ihr aktuell schaut. Immer wieder Sonntags kommt die Ernüchterung. So. So. Jetzt gehen sie an. Now we're talking about... Ich steh direkt runter, glaub ich, oder? Ja, fast. Hübsch. Wenn wir hören, dass sie zu stark blühen. Und der nächste. Da ist der nächste. It's raining zombies. Ich muss noch ein bisschen eingrooven hier. Ja, die müssen erst mal angerannt kommen. Da kommt der nächste. Zwei. Mit Hund. Ja, dann siehst du, die sterben so einen Ticken über dem Block. Oh. 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 Ah, was Gelbes, Grünes. Das Grüne wird jetzt interessant. Soll ich mal hochgehen? Was meinst du? Ich muss es leiser machen. Was? Ich muss ein bisschen Audio. Overall Sound ein bisschen runterdrehen. Weil das wird jetzt gerade... Ich hab das vom letzten Mal noch. Es wird nämlich sau laut. So, ich mach die Klappe zu. Mhm. Es leuchtet noch. Klappe zu, er wird tot. Da kommen sie. Okay, okay, okay. Aber jetzt klappt das mit dem Fallen, ne? Ja. Klappt super. Oh. Oh. Ja, und diese Grün... Oh. Oh, das ist ganz schön laut. Ich seh das gerade am Anschlag. Hahahaha. Im Pegel. Mama... Die leuchtenden Zombies sind ganz schön zäh, die leuchtenden Zombies hier. Ja, ja. Zwei Stück. Ich habe mal das Licht ausgemacht und mache gerade Screenshots im Dunkeln. Das sieht total geil aus. Mega, ja. Gute Idee. Lass mich mal ein bisschen fallen. Also erst, wenn es kritisch wird. Ja. Lass mal rum. Komm, noch was Grünes? Können wir noch was Grünes haben, bitte? Das ist geil. Das ist voll die Lightshow. Hardcore Light. Ich wünsche mir einen Laserstrahlen. So eine Laserfalle, ne? Oh, der schlägt aber ordentlich. Wollen wir das regeln? Ich mal kurz. Ach, das ist ein ultimativer Zombie-Cowboy. Ein Boss. Ein Boss. Cool. Da kommt was Grünes. Ja. Warum ist es gerade dumpf? Oh, mich hat es erwischt. Was? Ich bin tot. Was war denn das, bitte? Ach, da ist ein Zombie runtergekommen. Ja, für alle. Kannst du das kurz regeln? Ja, ich versuch's. Echt? Warum ist der Ton weg? Ich war gerade am Screenshots machen. Er hätte mal ein bisschen besser reagieren sollen. Wie ist das passiert? Hat er gespuckt? Nö, der steht hier oben. Okay. Komm mal, ähm, das war hier. Der Boss ist auch noch da unten drin. Uah! Bastard! Uh! Also hundertprozentig safe ist man hier nicht. Ne. Alles ist schön. Ich komm jetzt mal hoch und probier mal ein Zeug zu holen. Na? Ich lass die Klappe jetzt dann auf. Achso. Mach ruhig mal zu. Wo ist mein Rucksack? Der ist nämlich nicht hier. Ist der ja weggekullert. Das könnte sein. Shit. Aber ich seh ihn auch nicht. Vielleicht unten am Boden? Oder im Fels? Ich seh ihn hier auch nicht. Laut dem Ding müsste er jetzt unter mir sein. Das ist ja wahrscheinlich dann immer eine Etage tiefer. Du hast da durchgekullert, ne? Ja. Falsch, 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 falsch. Gehen auch ganz schön die Frames in den Keller. Ja, das ist ja immer ein bisschen was zu tun gerade. Ne. Ich seh ihn nicht. Ich hab auch kein Dichte. Das ist mein Problem. So, warte. Komm ich mal. Das Geschütz kann gut alleine klarkommen gerade. Ja. Ich seh ja nix innen. Also ich bin jetzt in dem Zwischenboden, wo wir die... Ja. Ne, ich seh nichts zum Looten. Das ist ein Gebrutzel. Bist du... Außer ist noch eins runtergefallen. Guck jetzt mal ganz unten. Ja. Ja, hier ist er. Sauber. So. Wow, was ist das denn für einer? Wie geil sieht der denn aus? Was denn? Das ist ein Ritter. Ein Ritter, hä? Auch so ein Boss hier. Mega. So. Jetzt wollte ich auch mal die Action-Portliste. Der Server kommt aber ganz schön ins Schwitzen gerade, merke ich. So muss das sein. Wo ist denn der Ritter da hin? Ist er schon weg? Schon weg, ja. Wo bist denn du? Aber hier, guck mal. Hier kriegt doch irgendwas. Geil. Ich seh die... Super tolle Zombies raus. Ich seh die... Ich seh das Interface wieder nicht. Das hat man letztes Mal schon. Was hab ich denn da gemacht? Äh... Ah, M einmal drücken. Dann geht's. Okay. Hat man schon mal, ne? Ich weiß nicht. Oh, der sieht ja cool aus. Wie heißt der? Account Zoe. War auch ein Boss, okay. Der Grüne? Ne, ist ein anderer. Der liegt hier unten drin. Hier ist noch ein Grüner. Komm mal, ich komm mal zu dir. Fuck, Gilly. Oh, der hat nen AK dabei gehabt. Geil. Ja, das ist schon geil jetzt. Wollte ich grad mal noch anmerken. Ähm... Bist du... Da hast du zurück zur AK. Ne, wo bist du denn? Du bist im Zwischengang, oder? Oh, ne, ich bin ganz unten jetzt. Ich versuche mal ein bisschen aufzuräumen. Ja, super lot. Wie viel brauchst du? Radioaktiver Hannes. Oh, da bist du hier noch einer am Boden. Ja, die ballern auch gut hier rum. Also die klopfen gut gegen, äh... Die Stahlgäner. Also wenn wir jetzt hier uns nicht auffassen, wenn wir uns nicht reparieren, kriegen wir Spaß. Es leuchtet grün. Ich hab auf jeden Fall ne Aufnahmen. Mir ist eine durchgerutscht. Ja. Und mir auch. Töten. Wir müssen töten. Wir müssen töten. Wir müssen mehr töten. 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 Das sind die Ferra... Hier ist gerade ein Kopf runtergeplumpst. Aber die nächste Rorte da überlegen, ist fraglich. Aber die machen so gut Alarm hier, die Jungs. Wir sollten mal oben. Ja, wir sollten oben gucken. Wir sollten oben gucken. Jetzt ist es doch sehr ruhig quasi. Jetzt ist es relativ ruhig, ne? Bläts oben laufen nicht mehr. Vielleicht ist es leer. Ich hack mal die Leichen weg. Ja. Oben ist noch was, aber nicht in der Grube. Hier mal nach oben gucken. Also mal ganz oben. Die Grube ist voll, ne? Ja. Voll gepackt mit tollen Sachen. Wie das Leben schöner machen. Da ist irgendwo noch viel unterwegs. Aber nicht in der Grube. Doch jetzt hör ich was. Wo ging es denn hier nochmal raus? Hier wollte ich aber nicht hin. Hier. Wo sind sie alle? Also hier bei mir sind unten in der Grube welche. Da sind ein paar, okay. Ich guck mal oben gerade. Also normalerweise müssen wir die Grube halt so auslegen, dass sie halt die Leichen auch vielleicht von alleine weg macht. Die sind alle vor unserem Haupt. Ah, die wollen, was die Hitsch drauf. Die kleinen Schweine. Ja? Ja, die sind hier oben gerade. Ja, oder kriegst du? Auf die Kleine? Ne, auf die, die von ganz unten nach oben geht. Aber es sind nur drei, vier hier. Ich höre sie schlagen an irgendwas. Wie kommen die denn jetzt da hoch? So, in die Mitte komme ich nicht. Da lebt immer noch einer. Sogar wie einfach nur manchmal im Kreis rennen. Alter, wie stabil ist denn dieser grüne Wurm? Dieser grüne Ferale. Der ist gut, ne? Lebt der immer noch? Komm her, du Schmack. Der lebt immer noch bei mir. Okay. Ah, wir haben auch genug Munition, ne? Er dreht sich noch. Gut, ich schieße ihm auch alles in den Arsch, weil ich seinen scheiß Kopf nicht sehe. Jetzt geht er zum Gitter. Na, komm her. Lebt immer noch? Was ist denn das? Wieso ist denn der so... Jetzt? Jetzt kommt er runter. Ja. Oh, da hat irgendjemand gekotzt. Oh. Also in die Mitte kommen wir nicht hin, ne? Mit der Axt. Okay. Haben wir jetzt gerade probiert. Also die haben uns die Spitzen schon gut kaputt geschlagen, ne? Ja. Muss man echt aufpassen. Ne? Irgendwo... Muss ja noch irgendwo dicke sein, ne? Oh, so eine Zwergstum, eine kleine. Ja, das macht schon Bock hier oben noch mal ein bisschen rumzuballern. Wo bist du? Ganz oben? Ich bin ganz oben am Dach, ja. Okay, ich komme mal zu dir. Naja, die Horde ist jetzt aber vorbei. Also man merkt, dass es nicht, ähm, auf jeden Fall nicht auf Dauer halten würde. Äh, das nicht, ne? Hä? Vielleicht wäre es auch ganz cool, das ganze Ding nur so als letzte Instanz zu sehen, weißt du? Dass du wirklich versuchst, die Zombie so platt zu machen, damit halt auch die Kills griffen. Oh, sind welche? Scheiße. Oh. Oh, fuck. Fuck. Geht Klappe zu. So, Klappe zu. Was soll ich sagen? Ich habe ihn gehört. Digi, du bist aber stabil, ey. Oh, fuck. Der ist so dick, der kommt natürlich die Klappe durch. Eine Sonnenbrille, immerhin. Jetzt, ja. Wie sieht die da hochkommen? Wie kommen, ach, über ihre Leichen rennen die dann da hoch oder was? Ah, du meinst ja die Leitern, ja? Ja, irgendwie sieht die da da rein. So, wie viel nachher haben wir denn eigentlich? Ich sehe es gar nicht. 2,36. Verzeihung. Flatsch, flatsch, flatsch. Ja, ist auch gleich. Oh, meine Fanone ist kaputt. Er hat doch irgendwas gekriegt, schon da drüben. Yeah. Ich finde es schade, dass die Spider-Zombies keine großartige Gefahr mehr darstellen und dass es die Fliege-Zombies nicht mehr gibt, vor allen Dingen. Die, ähm... Bienen und so weiter. Von Nissen? Von Nissen. Also, die sind ja keine Zombies, aber... Die waren immer los, die abzuknallen, ja. Es gibt jetzt die Adler und so weiter. Okay, verstehe ich. Aber, Geier, Entschuldigung, ja, nicht Adler. Also, ich musste mal eine Doppeltür machen, der gerade der Ausgang der runter in den Keller führt, eigentlich ziemlich straight. Gut, da ist noch eine... Da ist noch eine dazwischen, ne? Wunderschön. Wunderschön. Alle kaputt. Alle im Arsch. Jetzt bin ich da irgendwie überschleuert. Was war das? Warte, was? Ich bin gerade kurz überschleuert gewesen. Vielleicht, weil ich direkt reingesporen habe. Ist das möglich? So. Oh, nein. Hallo, guten Tag. So, Tod, Zweinsaure, nein. Ich habe mich nur mal als Lockmittel hingestellt. Alles gut. Ach, komm, die letzten Minuten machen wir hier als... Machen wir ein bisschen Action, ne? Bisschen Spattle. So, ich habe mich noch mal runtergestürzt. Sorry. Kater ist kurz zusammengezuckt. Wo schwebt denn hier einer? Das ist am Anfang von der Horde. Ach, guck mal, wie sie kriechen. Lieber Breaking Bad. Ey, wo kommst du denn her? Spidey. Ah, da sind sie schon einige. Sag mal. Sag mal. Wie frisst denn der? Boah, was ein Geräusch. So, Nachschub. Aber der hat irgendwas in den Spielezaun-Vakomaten. Jedenfall. Aber wir haben es doch nicht verändert. Es kam doch kein Update. Ich habe keine Ahnung, aber es ist trotzdem irgendwie anders. Oh, fuck. Oh, die erwischen mich. Stunt. 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 Schieß, schieß. Blutig? Ich blut. Ich blut. I have to kill you. Also auch leicht erwischt. It's it. Bitch. Oh, fuck. Jetzt wird es ge... Jetzt bin ich tot. Ah, schade. Oh, sie nagen an mich. An mich. Sie nagen an mich. Gut, es war auch natürlich in Horde 21, äh, 28 sogar, ja. So. 28 sogar. Spawn my bedroom. Ich versuche mal aus der Klappe rauszukommen. Wo liegt mein Rucksack? Da. Oh, Schrotze. Nehmen wir doch mal eine Barretta. Tada. Und level up. 176, äh, 46. 10 Schuss. Ich bin 114. Ah. Ja, schön. Schön. 28er Horde, die war, äh. Auf jeden Fall, äh. Knackiger. Also ich denke, dass die nächsten noch richtig heftig werden können. Ja, auf jeden Fall sieht man, dass sie auf jeden Fall schaden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sind nicht unbesiegbar. Nö, nö. Aber das war auch nie, glaube ich, nie unsere Idee, ne? Nö. Aber es ist trotzdem, wenn du überlegst, dass diese, ähm, dass wir jetzt ja relativ safe sind da unten. Also mit Reparieren, Nachreparieren und so weiter. Das Problem ist, ich sehe nicht, ob die Leichen geloot sind. Ich sehe die Anzeigen nicht mehr. Das ist irgendwie durch den Tod ist das. Okay. Ist da ist noch einer runtergefallen. Oh. Ich finde den Sound geil. Wenn das Ding anläuft, dann auch wieder abstoppt. Da kommt die Sonne hoch. Ob die Forges noch die Laufgabe. Das war ja easy. Oh. Wir haben es geschafft. Ein Tod, aber man hat sich natürlich jetzt auch nur für der Quote, ne? Wie in den Klicks hat man sich in Gefahr begeben. Hier oben jetzt, ja? Das war gut. Na? Du. Kopflos in der Nacht. Weißt du, was wir noch abmachen müssten? Ne. Ähm, wir mussten uns eigentlich das Kaufhaus noch angucken, was wir gesehen haben. Ah, stimmt, ja. Stimmt. Also fände ich zumindest jetzt eine gute Idee. Da kamen ja schon ganz früh diese Folgen. Ich würde sagen, ähm. Guten Wochenstart. Schönen Westsonntag. Wenn ihr den Westsonntag seht. Und, ähm, dann sehen wir uns morgen vielleicht so so eine Abschlussfolge wieder. Mhm. In War for Walkers. Und dann am Dienstag auch. Haben wir doch ein bisschen gelogen, ne? Vorher. Ja. Das ändert sich halt, ne? Das ist nichts in Stein gemeißen. Dynamisch, ne? Oh, das sieht aber schön aus. Ja, das war schön dynamisch. Boah, das ist hier. Guck mal, wie denn zwischen den Bäumen die Sonne durchkommt. Ja. Like Mish on the first. Das kann man... La, 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 la. Ich glaube, ein Foto-Bomb. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich hab erst zu spät gesehen, dass du dich hingehockt hast. Und dann weiß man sofort. Ah, das ist ja gar kaum. Minjas macht Screenshots. Screenshot-Action, genau. Gut, wir sehen uns morgen wieder. Dann machen wir noch eine Folge War of the Walkers. Dann gucken wir uns das Einkaufscenter noch an. Was wir dabei in der Rückreise gesehen haben. Und danach machen wir dann Raven Hears. Dann werden wir uns da noch ein bisschen umgucken. Aber wir speichern das hier. Ja, das auf jeden Fall. Also das Safecam wird auf jeden Fall gespeichert. No, 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 no. Bitte? Wie viel Abstand kann man springen? Willst du in die Grube? Musst du jetzt nicht unnötig umbringen. Nee, mach ich auch nicht. Das machst du ja oft genug. Oder ich bin nicht um. Je nachdem. Bis morgen. Also Hashtag. Hashtag. Was ein Spaß. Das ist gut. Na, an einem Wort einfach. Okay. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.